Hallo da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar gibt es heute meine Lesemonate November und Dezember und da die relativ minimalistisch ausgefallen sind, habe ich mir gedacht, dass wir auch gleich noch die Lesestatistik für 2015 hinten dran hängen. Ich muss vorweg sagen, dass ich seit Ende Oktober in einer mega Leseflaute bin. Wer den Lesemonat Oktober gesehen hat, weiß, dass der Oktober ja sehr, sehr gut für mich lief. Und eben auch, weil ich viel Hörbücher gehört habe, da ich relativ viel zu tun hatte, aber einfach so Dinge, die dafür gesorgt haben, dass ich viel Wege hatte, lange Strecken. Da ist natürlich so ein Hörbuch ideal, weil, das kann ich mir halt anhören, während ich in der Bahn sitze, wenn vielleicht Lesen immer so eine Sache ist, ob man dafür genug Platz hat, wenn man steht, ist Lesen immer schlecht und so. Alles in allem hat das aber dazu geführt, dass der Oktober sehr, sehr gut war und der November und Dezember waren es dann nicht, weil sehr viel zu tun war und nicht viel Zeit zum Lesen. Ich wollte euch aber trotzdem eben die drei Sachen zeigen, die ich gelesen habe insgesamt und ja, damit fangen wir jetzt an. Das erste, was ich im November gelesen habe, was jetzt in meiner Leseflaute auch nicht wirklich hilfreich war, da ich es als nicht besonders gut empfunden habe, war der fünfte Teil der Manga-Reihe Crimson Spell von Aya Nui Yamane. Ich fand die Reihe bisher ja sehr, sehr gut. Ich finde, in Teil 5 zeigt sich jetzt aber so ein bisschen, als wäre die Luft raus oder es wirkt sehr, als wäre die Luft raus. Einfach, weil ich hatte in Teil 5 das Gefühl, dass die übergeordnete Plotlinie quasi nicht vorangetrieben wurde. Also, das versteht mich nicht falsch, das ist natürlich, was in Teil 5 passiert und es ging auch irgendwie voran. Es wirkte aber einfach sehr gezogen. Also, ich habe hier die englische Ausgabe, die hat halt 171 Seiten und ich würde sagen, die Hälfte hätte es locker getan. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, auch ist es nicht so viel passiert und vor allem ist es nicht so viel Signifikantes passiert. Darum kann ich diesem Manga auch nur noch 3,5 bis 4 Sterne geben, weil er ist nach wie vor wunderschön gezeichnet. Ich fand aber einfach, dass Teil 4 noch qualitativ erzählerisch wesentlich besser war und man muss mal gucken, wie es damit weitergeht. Was dann wiederum total super war, was ich als nächstes gelesen habe, war von Kazuwe Kawahara, Koko Debüt Teil 11. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe und gerade auch in Teil 11 ging es wieder heiß her. Haruna und Yo versuchen weiterhin herauszufinden, was es bedeutet, dass sie jetzt in einer Beziehung sind. Auch so ein bisschen, wie muss man sich dann verhalten zum anderen, was geht, was geht nicht. Und es ist einfach sehr, sehr schön, ihn zuzusehen. Besonders interessant finde ich halt, dass Yo, der in den ersten Teilen sehr, sehr selbstsicher war und sehr genau wusste, was er tut und wie man mit Mädels so umgehen muss, um bei ihnen landen zu können, jetzt plötzlich bei seiner eigenen Freundin so ein bisschen auf ganzer Linie zu versagen scheint und sich auch da teilweise in Situationen bringt, wo man so denkt, Oh, das, Jo, das geht nicht, lass das bitte, danke. Und das ist einfach sehr, sehr cool mit anzusehen. Und ja, kann ich nur empfehlen. Das war schon alles, was ich im November gelesen habe. Und falls ihr glaubt, dass das wenig war, dann zeige ich euch jetzt, was ich im Dezember gelesen habe. Also, ein ganzes Buch. Genau, ich habe den Manga My Little Monster Teil 1 von Robico gelesen. Der war ganz okay. Ich würde ihm so drei Sterne geben. Ich bin nicht sicher, ob ich das weiterlesen möchte. In diesem Manga geht es um Shizuku, die eine totale Streberin ist. Und weil sie so eine Streberin ist, wird sie von der Vertrauenslehrerin gebeten, einem Mitschüler Haru, der nie in der Schule auftaucht, die Hausaufgaben vorbeizubringen. Und Shizuku als pflichtbewusste Streberin übernimmt bei Widerstreben, also sie übernimmt den Job, geht hin. Und Haru ist dann daraufhin der Meinung, dass Shizuku seine Freundin ist, also nicht feste Freundin, aber eine Freundin, und kommt sofort wieder zur Schule und folgt ihr dann wie ein Hund quasi. Und das führt zu allerlei Verstrickungen. Und ja, was da passiert, kann man halt in My Little Monster lesen. Ich muss sagen, am Anfang fand ich den Manga sehr, sehr gut. Ich fand dann aber, dass einfach die Beziehung zwischen den beiden sich ein bisschen zu schnell entwickelt hat. Das wirkte auf mich nicht sehr realistisch, ehrlich gesagt. Und ich habe auch zwischendurch immer mal wieder mit dem Zeichenstil so ein bisschen meine Probleme gehabt. Ich werde wahrscheinlich mir die nächsten Band noch kaufen, aber ich denke, dass dann eventuell, also wenn nicht große Wunder passieren, ist dann für mich auch Schluss. So, genau. Das war jetzt der erste Teil. Also ich habe im November und Dezember insgesamt nur drei Mangas gelesen. Ich habe kein einziges Buch beendet. Ich würde aber gerne dazu sagen, dass ich eine ganze Reihe Bücher angefangen habe, unter anderem die Mechanik des Herzens von Matthias Malziö, was ich nicht beenden konnte. Das werdet ihr aber auch noch im Jahreswrap-up sehen. Ich habe The Shining von Stephen King begonnen und nach irgendwie 100 Seiten abgebrochen, weil ich es auch nicht so gut fand. Dann habe ich Silberlicht von Laura Whitcomb angefangen und habe es beendet. Und ich hatte einfach so eine ganze Menge Bücher begonnen im Dezember und habe sie nicht zu Ende gelesen. Das war jedenfalls im Dezember so ein großes Thema. Bücher, die Alex beginnt und dann nicht beendet, weil sie mir entweder nicht zugesagt haben oder ich nicht in der richtigen Stimmung dafür war. So, jetzt kommen wir zum erfreulichen Fall, nämlich die Lesestatistik 2015. Kurzer Disclaimer vorweg. Hier geht es jetzt rein um Zahlen und Fakten. Also wie viele Bücher habe ich gelesen, wie viele Seiten habe ich gelesen, was waren so die besten und die schlechtesten Monate. Es wird noch ein separates Video Tops und Flops 2015 gehen. Das müsste nächste Woche online kommen. Und es wird auch noch ein Video geben als Fazit zu den Challenges, die ich ja 2015 mir vorgenommen hatte, wo ich ja immer wieder gesagt habe, ich würde nochmal ein Zwischencheck-Video machen, wieso der Stand ist und ich es dann immer vergessen habe. Was? Und ja, gut. Fangen wir mal mit den reinen Zahlen an. Also, ich hatte mir auf Goodreads die Challenge gesetzt, 50 Bücher zu lesen. Das habe ich geschafft. Ich hatte zusätzlich noch eine Challenge, dass ich 40 Bücher, 40 Mangas Minimum lesen wollte. Tatsächlich ist es jetzt so, dass ich 58 Bücher gelesen habe mit insgesamt 15.907 Seiten und 47 Mangas mit insgesamt 9.024 Seiten. Ich muss sagen, ich bin total zufrieden. Was mir halt aufgefallen ist, ist, dass mein Leseverhalten sehr unregelmäßig war. Es gab dann Monate, da habe ich sehr, sehr viel gelesen. Es gab dann Monate, da waren es so drei Bücher, drei Mangas oder so. Ähm, aber gut. Die besten Monate 2015 waren der Lesemonat April, wo ich insgesamt 16 Sachen gelesen habe und ich zähle hier sowohl Mangas als auch Romane. Und der August, wo ich halt 13 Romane und Mangas gelesen habe. Ähm, die Monate mit den besten Büchern, also ich mache da einen Unterschied. Einmal, wann habe ich viel gelesen und einmal, wann habe ich die besten Sachen gelesen. Und ich würde sagen, die besten Sachen gelesen habe ich einmal im August. Da war ja der BookTuberthon, weshalb ich da sehr viele, sehr gute Bücher einfach auch gelesen habe und dann auch sehr viel Lust auf mehr hatte. Und dann der andere Monat, der sehr, sehr gut für mich lief, war der Oktober, weil ich da einfach eine ganze Menge Bücher mir einfach aus dem Regal gezogen habe, weil ich zu denen die Hörbücher, ähm, bekommen hatte. Und dann gedacht habe, dann kann ich das parallel machen. Das lief also extrem gut und das sind auch die Monate mit den meisten Fünf-Sterne-Bewertungen an Büchern. Und falls euch das interessiert, verlinke ich euch unten nochmal die Lesemonate zu den jeweiligen Monaten und dann könnt ihr da nochmal nachgucken. Die schlechtesten Monate waren, wen wird's wundern, November, Dezember mit insgesamt drei Mangas nur. Also irgendwie knapp 300 gelesenen Seiten. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit Oktober wirklich in so einer Leseflaute und auch jetzt noch tue ich mich relativ schwer und ich lese sehr, sehr langsam. Aber ich denke, wir kommen wieder dazu, dass das besser wird. Und, äh, ich kann euch auch verraten, dass der Lesemonat, die Januar, wesentlich besser aussehen wird als jetzt dieser Lesemonat. Und, ähm, ja, eigentlich will ich mich nur noch bedanken, dass ihr mir ein Jahr die Treue gehalten habt und mit mir ein Lesejahr, ähm, durchlaufen seid und euch angeguckt habt, was ich so gelesen hab. Und damit war's das dann auch von mir. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video. Und wir sehen uns quasi mit den Videos für 2016. Bis dann. Ciao. Ciao.